So, und gleich geht's weiter. Wir müssen ja verteidigen. Darf ja hier nicht stehen bleiben. Und ich wollte die Ohren da unbedingt nicht abbrechen. Ah, ich dachte schon, die greifen sich jetzt schon an, ey. Oh. Ah, sind die Ersten. Ah, Steine. Stein ist auch sehr wild, sind heiß. Kann man echt mal sehen, was für ein Loopy ich geworden bin, ey. Alter, da muss ich ja immer wieder reinkommen. Geht gar nicht. Das geht gar nicht, Leute. Okay. Da konnte man auch irgendwie oben drauf. Da konnte man immer super runter snipern. Naja, ich wüsste mich nicht. Pass auf, ich baue das hier mal. Dann kann ich von hier oben weg snipern, was geht. Okay. Okay. Scheiße. Ja. Vergiss immer Zerrill. Ja, Gott sei Dank. Früher war es auch so, da habe ich immer, da haben die anderen sich immer um die Fahnen gekümmert. Da wir meistens ja auch im TS oder so geredet haben, an dem TeamSpeak, so strategisch mehr. Dann war ich immer derjenige, weil ich entweder um mich herum gemessert habe, sodass alle anderen mit rum drauf gingen. Also mit Messern. Oder ich habe immer alle übergefahren. Ja, ja, so war ich. Und dann wurde ich meistens mal vorausgeschickt, um die anderen Basis schon mal zuzubauen. Dass die es dann viel schwieriger haben, weil manche von den gegnerischen Teams, die sind dann immer schon vorgerannt und so. Und das war dann halt nicht so mehr der Bringer. Und dann habe ich immer die schon zugebaut. Ah, ich will auch mal Kill. Lassen wir auch mal Kill übrig. Voll die Elite, die hier spielen. Oh Mann, ist das episch, ey. Ja, ich bin, sagen wir es mal so, ich bin nicht so der Shooter. Ich bin eher mehr so der Rollenspieler. Da bin ich aber auch richtig gut. Also, da kann mir keiner was vormachen. Allerdings in Ego-Shootern, ich kann, wie gesagt, ich kann spielen. Aber ich bin nicht so der Beste da drin, ne? Also, auch nicht der Schlechteste, denke ich mir mal. Okay. Äh. War das ein Roter? Was hat der da geschrieben? Build something? Was auch, dann wechseln wir einfach mal wieder um. Ja, auch kein Bock jetzt. Auch mal das sofort. Und dann geh mal wieder zurück. Ich hab keinen Bock, was zu bauen. Also, wenn ich gezwungen werde, nö. Ich will dafür spielen und nicht, äh. Ja. Ich hatte eigentlich auch hier oben eigentlich meine Gunnen dafür gedacht. Dass, wenn ich hier stehe, dass ich dann einen super runterschießen kann. Ich kann auch die Fahne gut da treffen. Das geht super. Scheiße. Greif ich da jemanden spawnen an von uns? Kann man da gar nicht mitschießen? Schade. Okay. Dann müssen wir mal weiter hier unten gucken. Und die, wie gesagt, die Runden gehen, wie ihr seht, schon sehr recht lange. Sehr recht lange. Oh, toll. Äh. Ja. Ich brauche nie. Ich brauche nie. Danke. Wie gesagt, ich renne hier eher einmal so planlos durch die Gegend, anstatt, dass ich jemanden abballe. Ups. Entschuldigung. Ne, mal das Let's Play hier siehst du. Entschuldigung. Weiß ich ja nicht. Will das mal sehen. Ich werde auch wieder überfahren, oder? Ich habe mein Glück. Alter, der war genau vor mir. Und ich hätte den treffen können, Leute. Ich hätte den treffen können. Das gibt es nicht. Oh, ich sehe ihn nur noch eine Minute und dann müssen wir angreifen. Die Runde zeige ich eventuell auch noch. Jetzt weiß man noch nicht, ob ich die komplett zeige. Und dann geht das erstmal in den nächsten... Ja. In der nächsten Runde geht es dann erstmal wieder... Was ist denn der da? Ich sehe, wir gehen in den Palmen nichts. Ne, geht es in der nächsten Runde erstmal wieder auf... Äh... Kampagne. Da kann ja ab und zu mal hier so ein Internet mal rumgucken, ruhig. Das macht ja eigentlich ganz schön Spaß. Es ist ja mal was anderes. Ich kann hier ruhig mal... Auf der Lauer liegen, quasi. Oh, die Bomben gehen hoch. Da muss man aufpassen. Wie man hört. Oh, ist ja gut, Junge. Ah! Äh, da müsste man sich fremd schämen. Warte, da muss man sich ja fremd schämen. Oh, jetzt kommt das große Angegriff... Äh, Angegriffe... Angreifen. Vielleicht bin ich da ja ein bisschen besser. Mal gucken. Das ist echt... Der Horror. Oh, ich werde angegriffen. Scheibenkleister. Ach, ja, das ist... Äh... Ne, 19 Minuten. Ne, so lange macht man nicht. Das schaffen wir auch nicht mehr. Vielleicht wird das jetzt mal ein bisschen längere eine Runde von Far Cry. Man weiß nicht, so 17, 18, 19 Minuten. Gucken wir mal. Aber so ganz so lange auch nicht. Wir wollen, wir wollen. Da ist schon wieder so ein Sniper. Könnte ich mich... Wir können auch mal Snipern, wenn ihr wollt. Ist auch nicht schlecht. Oh, ich dachte, das wäre unser erster Kill gewesen. Wann machen wir mal der hier noch? Ey, habt ihr gesehen? Der hat uns ein paar Mal getroffen und wir haben kein Leben verloren. Dabei schiebt ich nicht mal. Nicht, dass die mich... Ah, wo ich gerade sagen. Ich dachte so, ich verliere nichts. Nicht, dass die hinterher mich kicken oder so, weil ich nichts verliere. Okay. So, da gehen wir erstmal jetzt zum... Sniper. Da werde ich auch mal was wegsnipern. Vielleicht bin ich da ja besser drin. Da ist man dann weit entfernt. Ruhigere Hand. Gucken wir mal. Vielleicht bin ich ja eher der Sniper-Typ. Ach, früher war es so, da habe ich mit den Messern rumgefuchtelt, bis es sonst was gab oder so. Und dann... Ja. Heute? Heute kriege ich ja nichts mehr. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Und er hat mich auch schon gesehen. Okay. Da ist er. Aber ich kriege ihn nicht ganz drauf. Das heißt, ich muss jetzt nochmal ein bisschen weiter gehen. Oh, den haben wir. Unser ersten Kill. Vielleicht bin ich doch so der Sniper. Scheiße. Den hätten wir fast gehabt. Da blinzelt er noch. Er hat sich am Fernglas. Ah, das war meiner, ey. Schweinebacke. Das war meiner. Wo fährt er hin? Das wüsste ich ganz gerne mal. Alter. Ich habe ihn gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Alter. Das ist ein guter Schütze. Respekt. Ja, 16 Kills, hm? Okay. Ähm... Er wird mich ja nicht so schnell sehen. Ah! Bis ich ihn gefunden habe, hat er mich schon weggeschossen. Headshot. Das liebe ich ja. Lecker, lecker, lecker. Okay. Ja, auf so Hügel bringt es teilweise nichts. Wo haben wir den denn? Da blitzelt doch irgendwas. Was? Nein? Oh, gucken wir mal, ob wir ihn kriegen. Der ist doch da mal gewesen, oder? Mensch, das gibt es doch gar nicht. Komm schon. Das ist jetzt aber recht enttäuschend. Was ist der denn? Komisch. Wo ist der denn, ey? Hm, egal. Dann gehen wir mal an den Angriff über, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir den dann kriegen. So, ich bin der... Ich bin der Slasher. Ich gehe mit der... ...mit dem Messer auf. Oh, da kriegt man mich. Äh, ich sage nichts. Äh, nee, 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 nee. Eingerostet in dem Spiel. Das gibt es doch gar nicht. Okay. Äh, probieren wir das Ganze nochmal. Können wir uns hier irgendwie zwischenlegen. Gibt es denn da noch einen Scharfschützen? Gibt es, aber wo ist der? Wo ist der? Das gefällt mir nicht. Oh, das ist ein roter. Vielleicht kriege ich ja. Schade. Es gibt auch den Trick, man kann einsteigen. Und dann kann man den nehmen, wenn man ein Messer hat, äh, ja, abnetzen, würde ich sagen. Das ist auch gut. Wir greifen an und er ist da hinten. Oh, ich dachte schon. Oh, Mist, Mist, Mist. Nicht ganz geklappt. So. Okay, da haben wir ihn. Hab ihn. Weiß, wo er ist. Muss ich nur noch zeigen. Ob. Ob. Ob man kann hier nicht springen, wenn man mal durchguckt. Schade. Ich dachte, das ginge. Wäre auch schön gewesen. Nein, da wird er wahrscheinlich nicht sein. Ja, 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 bitte, bitte, bitte. Oh, schade. Auch nicht geklappt. Ja, 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 genau. Nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier, komm, wir greifen mal. Wir folgen der Loop in solchen Spielen. Das könnte man mal wissen. Aber dennoch sind es geile Spiele, die man schon mal gespielt haben muss. Die sind super, die Games. Die halten aber auch ganz schön viel aus, die Knaben. Okay. Okay. Alter, ein Scharfschütze, der sich so schnell bewegt. Habt ihr das gesehen, Leute? Das ist doch unmenschlich. Da wirst du doch nie gewinnen. Okay, warte mal. Wir gehen mal wieder zurück. Wir gehen mal lieber wieder zurück und kämpfen mal lieber wieder so mit. Dass wir auch vielleicht mal einen Kill wieder kriegen oder so. Dabei steht es ja auch besser. Uuuuh. Uuuuh. Okay, der ist schön. War nicht so schnell. Damit bewegt man sich richtig lang. Ah, scheiß. Scheiß Dings. Yo. Ah, zumindest schon mal zwei Kills. Okay. Ja, eigentlich hätten wir drei. Wir haben ja einen verloren. Oh Mann, der hätte mich ruhig mitnehmen können. Ah, scheiß Snapper. Aber die blaue Energie geht irgendwie gar nicht leer. Ist das so gewollt? Zumindest richtig geil, bestimmt. Ich komme euch zur Unterstützung. Mist. Normalerweise müsste man jetzt so einen roten Team gehen. Da, äh, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber da ist jemand ein Spectator. Also denke ich mir mal, wird er sich dann auch gleich den roten Team anschließen. Fairerweise. Geht man mal vorn aus. Die Dukka. Ich meine die unter die Dukka. Da habe ich mich selber in die Luft gejagt. Toll. Auch nicht so toll. Ja, bitte. Eine Fahne kriegen wir ruhig noch. Das ist Gleichstand wenigstens. Ja. Supi. Freut mich. Das freut mich. Ich will mitfahren. Scheiße. Oh, immer wenigstens noch ein paar Muni und Säcke und so. Sind die da jetzt endgültig weg? Warte, ich will mit. Oh, schade. Schade, schade. So, einen Angriff probieren wir noch und dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch im Multiplayer so ein bisschen unterhalten von Far Cry. In der nächsten Runde geht es, wie gesagt, im Kampagne wieder weiter. Und wenn ihr mehr von dieser Multiplayer-Version sehen wollt oder so, dann schreibt mir bitte oder in die Kommentare. Und ich werde das fix nachholen, dass ich da noch ein, zwei Runden mache. Es gibt ja mehrere Runden, nicht nur diese hier. Also, um Gottes Willen, da gibt es viel, viel mehr Sachen. Das ist auch fies. Alter. Okay, hier hat man eh nur mehr als Ärger. Disconnect, ja, bin ich mir sicher. So, dann kann ich nochmal in den Optionen meinen Namen hier ändern. Vielleicht kriegt man dann da auch ein bisschen mehr Zuschaueranzahl. Gulliver LP. So. Enable Gore, das ist auch geil. Äh, okay. Das war diese Folge mit Minecraft. Ja, hätte ich beinahe gesagt. Mit Far Cry. Diesmal recht lange. Freut mich, freut euch sicherlich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.